Der Shocking Shorts Award. Jedes Jahr vergibt 13th Street diese begehrte Auszeichnung für den spannendsten Kurzfilm des Jahres. Du willst auch ein bisschen Spaß, oder? Ein Filmer mit Fable für Thrill und Crime würde alles dafür tun. Was hast du zu verlieren? Mein Leben. Regie-Talente erfahren nur hier die Aufmerksamkeit, die sie so dringend brauchen. Jeder bekommt das, was er verdient. Der Shocking Shorts Award. Gewinne eine Teilnahme am Universal Film Masters Programm in Hollywood. Schicke uns deinen Kurzfilm bis zum 31. Januar 2015. Jetzt einreichen und gewinnen. Alle Infos auf 13th Street.de. 13th Street. Mach den Weg frei nach Hollywood. Wer weiß, ob ich hier das Leben der anderen hätte machen können, wenn ich diesen Shocking Shorts Award nicht gewonnen hätte. Ja. Ja. Ja.